Ok, genau das jetzt, ich... Willkommen zu einer weiteren Runde. Willkommen zu einer Rundschmerzen. Und, äh... Dieser Scheiß-Krappler. Beziehungsweise sind es nicht noch mehr gewesen. Ah... Hier haben wir noch ein... Ei? Ha, 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 ha! Oh... PRP... Und dann... Sooo... Aber da... Ich muss noch mal gerade darüber teleportieren. Ja, lecker. Ja, lecker. Boah, ekelhaft. Das verfluchte Blut. Na, da ist was drin. Sooo... Hier haben wir jetzt... Jede Menge... Guck an. Da gibt's einen Gahem-Gang. Ähm... Warte mal. Bevor du da jetzt irgendwann drum herumläufst. Mach mir lieber mal diese. So richtig eklisch hier wieder. Gegend. So. Boah. Boah. Also wenn das mal keine rote Witze ist. Dann schang. Turn IT! Boah! Dann... Dann... Oh, we're going to have to do that. Ah! Was ist das ecklich? Wie ist das ecklich? Um mal zu schießen, dann kannst du nicht besser. Jo, klar, dass halt diese ganz kleinen... ...für die meisten Verwiesungen sorgen, ne? Ah, dann komm mal hier hin. So. Gut, hier haben wir... ...alles so weit durch, ne? Ja. Und wo kommt man denn hin? Wenn man hier durchgehen. Okay. 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 Wir sind Pölfässer. Das bedeutet zu 100% dass hier ein Ablau rauskommt. Die werden hier entstehen. Das war's für heute. 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 Mordus. So, okay. Das war's für heute.